Oh Gott Was zum Woher soll ich denn das wissen Wann ich was machen muss Oh Gott Oh Gott Ah Der Oh Gott Wechselt sich das immer ab Das ist zum Glück schon vorbei Dann muss ich mir keine Sorgen mehr drum machen Aber trotzdem das ist ja Aber Moment Nee Also Wenn es High macht Dann ist ja der erste Ton den sie machen High Und bei diesem anderen machen sie ja Daran kann man es vielleicht erkennen Aber das ist ja fies Da muss man ja übelst schnell reagieren So von wegen Naja man muss rausfinden Ob die jetzt ein High machen oder nicht Oh die Klopsarbeiter Die kenne ich Die sind cool Okay Klopsarbeiter können wir überspringen Oh das kenne ich schon Das kenne ich schon Das ist visuell am Ende ziemlich Interessant Bam 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 Auf der Wii ist jetzt einfach nur auf B gelegt worden. Das war nämlich gerade die Stelle, die in dem letzten Remix dann auch drankommt. Von dem Wii-Spiel. Und den letzten Remix, der ist ja sowas von geil. Das ist das beste Rhythmus-Spiel aller Zeiten. Falls sich jemand das mal im Video angucken will, aua. Ist empfehlenswert. Vor allem, wenn man die ganzen Mini-Spiele noch nicht kennt, dann ist das ziemlich interessant. Das alles mal auf einem Haufen zu sehen. Da ist im Hintergrund gerade noch was gestartet. Ein Raumschiff oder irgendwas. Keine Ahnung. Es hat gegrinst. Juhu, bis ins Weltall und noch viel weiter. Da. Oh, wieder ein. Na dann würde ich sagen, ich mach erst mal das Perfekte wieder. Die perfekte Minute. Äh. Was ist das denn gewesen? Ach ja, das war das mit dem Überset... Ne, das Ding. Oh. Oh Gott. Das als perfekt. Das krieg ich hin. Das war ja nicht so schwer, das Spiel. Okay, bisher gehts. Hahaha Da muss man immer nach vorne gucken, ob die jetzt runter gehen oder nicht Man kann übrigens auch einfach so gedrückt halten Also das ist nicht schlimm oder so Wie die Kamera wegzielt Ah, nein! Das war doch rechtzeitig Oh mein, jetzt mache ich das ohne was zu sagen Komm, ich kann das perfekt So schwer ist das nicht Und wenn ich es jetzt nicht perfekt schaffe, dann mache ich es auch erstmal nicht Ich will ja hier nicht das Let's Play unnötig aufhalten mit irgendwelchen Perfektsachen Aber ich bin so ein Perfektionist Beziehungsweise so einer, der sowas immer mitnimmt So, so Nebenaufgaben und sowas Das ist... Ich mag Spiele nicht, die viele davon haben, denn ich muss das alles immer mitmachen Oder Kompletionist bin ich da in der Hinsicht Das ist... 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 Ja, perfekt. Ah, geschafft. Schön. Wieder so eine Kugel mehr für die Sammlung. Wunderbra, wunderbra. So, ähm, da geht's dann noch weiter. Ja gut, dann ziehen wir das mal durch. Ah, dieses Mausspiel war neu. Das mit dem, mit dem, mit dem, was war denn das danach, nach dem Mausspiel? Mit dem Singen, das war neu. Das kenne ich jetzt auch nicht. Oh Gott, was ist das denn? Okay. Uah. Ha, 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 hui. Ha, ha, hui. Okay, das geht. Hui. Perfekt. So, was haben wir jetzt als nächstes? Ah, ha, 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 ha. Ups. Aha. Da kann man sich ja wenigstens an den Visualitäten hier, äh, ein bisschen orientieren. Tang, tang, tang. Und an dem Affen natürlich, wie er klingt. Okay, kriegen wir hin. Schaffen wir. Es wird. Ah. Hui. Hi, hi, hu. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Hui. Hi, hi, hu. Oh. Tap, tap, tam. Oh. Und da ist Donkey Kong, auf dem er landet. Juhu! Oh Gott, und jetzt muss ich diese ganz neuen Spiele, bis auf das eine, was ich schon kannte, äh, da war auch wieder das dritte von, von, äh, Rhythm Paradise, äh, also, oder Rhythm Heaven Fever. Hier, Nummer 3 ist auch wieder eins von den Bekannten gewesen. Das ist unbekannt, das ist unbekannt, das ist unbekannt. Hm. War das bei den anderen vielleicht auch so? Ich hab nicht so drauf geachtet. Oh Gott. Überall Kekse, Donuts, Donuts überall, ja. Ah! Ha, ha, hui, jetzt ohne Licht. Hai, 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 hai. Oh. Tap, tap. Oh Gott. Ah! Das war zu früh. Da, da, da. Ui, ui. Donuts, ach, ich habe sie! Oh Gott. Ja,Ш Ikan. Ja, ich habe sie. Mit Untertiteln. Ja, ich habe sie. Ja, ich habe sie. Ja, ich habe sie. Da, ich habe sie. Wow, ich habe du sabes. Das Äffchen war tot. Ja, 75er-Wertungen. Ja, mit Remixes habe ich es nicht so. Bei den ganz normalen Spielen ist das ja nicht schwer, weil man muss sich nur eine Sache merken, aber hier, wenn es geht, noch die Reihenfolge dazu und die kennt man ja am Anfang noch gar nicht. Lecker, Schmecker, Schmecker, nam nam nam, jetzt ist da oben ein richtiger Donut. Der ist aber auch nicht essbar, der ist auch bloß aus Pappmaché. Ah, die, die, die Verrückte, mit, ohne Eule, was ist mit deiner Eule passiert, du Eule, hoffentlich passiert mir nicht das gleiche. Das kenne ich, das kenne ich, das ist kein neues Spiel, das gab es im Extras-Bereich, von dem anderen Spiel, von dem ich so oft rede, das ist voll cool, das kann ich, das geht auch so. Ah, ich liebe diese Musik. Das sieht man gerade nicht, ich wollte mitsteppen. jetzt wird es nämlich ein bisschen schneller, ich weiß gar nicht, ob das dann nochmal passiert. Ja. Ja. Ne, wird nicht nochmal schneller. Schade. Ja, hab, hab auch so in Erinnerung, dass das Lied doch nicht so lang war. Aber ich fand, dass die, die Musik war schön, deswegen hätt's ruhig länger sein können. Und BÄM 89. Ach, diese Giraffe, was hat die da überhaupt zu suchen, die ist doch völlig unnötig. Oh Gott. Was ist das? Hosen. Von Fröschen. Hallo, wir sind die Froschbande. Au. Ah. Das geht. Das geht. Das muss man ja also nachmachen. Okay. Das geht. Finde ich jetzt nicht schwer oder so. Oh, nein. 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 Das ist nervös. Oh, nein. 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 Ich wollte schon fast mitmachen beim Spielen, aber es ist eine schlechte Idee. Bis zum nächsten Mal.